Hast du jemals darüber nachgedacht, wie wichtig deine Schilddrüse für deinen gesamten Körper ist? Sie spielt eine zentrale Rolle bei der Regulierung deines Stoffwechsels, beeinflusst dein Energielevel und hat sogar Einfluss auf dein Gewicht. Doch was, wenn wir dir sagen, dass bestimmte Lebensmittel dabei helfen können, die Funktion deiner Schilddrüse zu verbessern? Genau darum geht es in unserem heutigen Video. Wir stellen dir drei Lebensmittel vor, die deine Schilddrüsengesundheit auf das nächste Level bringen können. Nummer 1. Seefisch ist reich an Omega-3-Fettsäuren und Seelen. Seefisch wie Lachs, Makrele oder Hering sind nicht nur lecker, sondern auch wahre Superfoods für deine Schilddrüse. Sie sind reich an Omega-3-Fettsäuren, die Entzündungen reduzieren und zur Hormonproduktion beitragen. Zudem ist der hohe Seelengehalt in Seefisch ein Schlüsselnährstoff für die Schilddrüsenfunktion, da er hilft, die Schilddrüsenhormone in ihre aktive Form umzuwandeln. Nummer 2. Nüsse und Samen liefern wertvolles Zink. Nüsse und Samen, insbesondere Kürbiskerne, Cashewnüsse und Mandeln, sind hervorragende Zinkquellen. Zink ist essentiell für die Synthese von Schilddrüsenhormonen und unterstützt die Umwandlung von T4 in T3, das aktive Hormon. Ein regelmäßiger Verzehr kann somit direkt die Schilddrüsenfunktion positiv beeinflussen. Nummer 3. Jodiertes Salz unterstützt die Hormonproduktion. Jod ist ein weiterer wichtiger Nährstoff für die Schilddrüse, da es grundlegend für die Produktion von Schilddrüsenhormonen ist. In vielen Regionen, in denen natürliche Jodquellen knapp sind, kann jodiertes Salz eine einfache und effektive Möglichkeit sein, den Jodbedarf zu decken. Aber Achtung! Eine Über- oder Unterversorgung mit Jod kann die Schilddrüsenfunktion ebenfalls beeinträchtigen. Daher ist hier ein ausgewogenes Maß wichtig. Diese drei Lebensmittel sind einfache, aber effektive Wege, um deine Schilddrüsengesundheit zu unterstützen. Natürlich ersetzen sie keine medizinische Behandlung, wenn du unter einer Schilddrüsenerkrankung leidest. Doch in Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung und regelmäßigen ärztlichen Check-Ups können sie einen positiven Beitrag zu deiner Gesundheit leisten. Wie sieht es bei dir aus? Kennst du noch andere Lebensmittel, die gut für die Schilddrüse sind? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns. Vergiss nicht, ein Abo zu hinterlassen und die Glocke zu aktivieren, damit du kein Video von uns verpasst. Bis zum nächsten Mal!